Moin Moin, Jürtentag und Hallole zu Breaking News. Es gibt mal wieder was Neues zu berichten. Ja, im Endeffekt eigentlich nur, Leute, ich bin wieder da. Das wäre es eigentlich schon fast gewesen und einen schönen Tag noch. Ne, also ganz so schnell werdet ihr mich nicht los. Aber ja, ich wollte euch sagen, ich bin halt eben aus meiner kleinen Zwangspause zurück und wollte euch das jetzt wissen lassen, damit ihr auch gespannt sein könnt, dürft, wenn man es sehen mag, dass es wieder weitergeht mit Videos auf meinem Kanal. Ich bin halt eben nur ein bisschen am schauen, was habe ich halt eben noch von dem Vorproduzierten. Was muss ich, kann ich da eben noch verarbeiten? Ich muss mir erst noch einen Überblick halt eben verschaffen von dem Ganzen, weil ja, gerade bin ich sehr überfragt, was nun gerade Stand der Dinge ist, weil ich wurde ja sehr spontan rausgerissen aus dem Ganzen, könnte man sagen. Und da möchte ich nun wieder halt eben anknüpfen. Wie gesagt, ich muss erst gucken, was los ist, was Sache ist und deswegen behalte, klar. Deswegen halte ich mich auch gerade nur hier im Lager auf, weil ich keine Ahnung habe, was ich euch schon gezeigt habe, was nicht. Denn ich bin erst seit gestern wieder zu Hause und musste erst mal ein paar Real-Life-Sachen nicht eben regeln, logischerweise. Und bin natürlich auch sehr gespannt und neugierig auf morgen, weil morgen geht es nach Nürnberg. Und da werde ich dann eben auch noch viele tolle Menschen treffen, unter anderem auch Melly's Secret. Die kennt ihr ja aus meinen Videos und von dem her könnt ihr da auch neugierig gespannt sein, was es da dann zu berichten gibt. So, muss man hier getrocknet, aber nicht ganz zu viel, aber dafür ein paar Blöcke. Ja gut, okay, das passt ja alles. Wunderbar. Jo, ähm, ich werde höchstwahrscheinlich zum, äh, dum-di-dum-di-dum, mal auf den Kalender gucken, zum 9. Mai werde ich wahrscheinlich dann wieder neue Videos dann halt eben hochladen, aber das bekommt ihr dann auf jeden Fall Bescheid über Twitter und natürlich auch über die YouTube-Berechtigungen. Äh, Berechtigungen, klar. Benachrichtigungen. Heieiei. Euer Florian ist heute ein bisschen durch den Wind, aber das kennt ihr ja irgendwie, oder? Gut, dann wünsche ich euch jetzt erst mal noch einen schönen Tag, macht das Beste draus und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.